Also, was ist die abstruseste Kombination, die ich mir ausdenken kann? Keine Ahnung und hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Tiny Tinas Wonderland Ja, tot Mit dem alten Mann und meinem Pilsgefährten Weiches und Lettriges Rauche Irgendwie eklig Kaum eine Herausforderung Klar habe ich schon eine Menge, aber ich könnte noch mehr haben Mehr Noch mehr Frank, keine Explosionsfässer Ja Ja, finde ich auch Ich nehme wieder alles, ne? Ich habe wieder ein einnehmendes Wesen Und dann bin ich nachher wieder voll Das Grab Schiff Ja, ich komme ja schon Ich glaube Ich glaube, der hat sich totgesoffen Ich bin voll Was ist denn das? Achso, das brauche ich gar nicht Hier, gucken wir mal Was haben wir denn? Was bist du? Ein neues Sturmgewehr Ich habe aber jetzt Ich gucke aber falsch Warte Da Nein Da Nein Da Da Nee, das ist es nicht Das habe ich ja markiert, dass ich es weg haben will Na, das ist ja nicht so doll, ne? Jetzt geht es aber ab hier Ah ja, gut So Und hier Ich weiß nicht, was ich Ich mühle mich zu Ich mühle mich zu Weil ich habe ja noch keine Kapazitätserweiterung Irgendwie 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 Hört sich das auch Hä? Das ist so leise Haut das denn hier noch hin? Ja, hier haut es noch hin Jetzt Jetzt ist es besser, ne? Ich glaube, ich war ein bisschen leise Bisschen doll leise Ja Das ist irgendwie Mein Mischpult Mein Mischpult Nein, tu es mir nicht an Habe ich hier den Regler verstellt Ich weiß nicht Ganz komisch Ja, das ist leise Ist jetzt lauter? Ja Ganz seltsam Normalerweise müsste das jetzt übersteuern Ich bin irritiert Ich bin gleich wieder da So, jetzt ist es besser Finde ich Finde ich Muss mal gucken Woran das liegt Inventar ist immer noch voll Das ist doof Ja, ich komme ja gleich Aber wir brauchen noch Dinge Die hier so rumliegen Wer bist du denn? Hübsch Wo ist denn der Foliant? Da Ach, den muss ich suchen Ich muss hier lang Aha Alles klar Aua Ich habe dir ein langes Leben Voller Peinlichkeiten erspart Gern geschehen Huch Huch Oh, was ist das? Gut, jetzt müssen wir mal Dinge entsorgen Geht da schon wieder los 185 185 und ich schmeiße es weg Das Weil ich es gefunden habe Ich weiß, dass das sinnlos ist Was ich hier mache Ich weiß auch nicht Wohin damit Ah Warte, 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 warte Warte Oh, was war denn das? Ach, noch einer Ihr seid aber aufdringlich So echt Nix Gar nix Oh, da ist was Noch eine Waffenkiste? Was ist denn hier los? Mann, ey Hier sind so viele Und da oben müssen wir lang Ich habe die Kisten nicht kaputt gemacht Ich habe mir jetzt hier alles verstellt Auf der Suche nach dem Fehler Was mit dem Mikro ist Ich weiß auch gar nicht Ob ich dagegen gekommen bin Ich Natürlich dann blöd Ich hatte mir ja mal so ein WXLR bestellt Aber das war einigermaßen enttäuschend für mich Und dann wollte ich das nicht mehr So Das muss ja mal gesagt werden Dürfen Hier ist noch Muni Ist nachgelangen, ne? Was ist das? Verbrennt es Schließt es auf Hörn, den es Lockerbleib Das ist nur ein Imitator Deshalb schließt ich auf jede Ruhe Um auf Nummer sicher zu gehen Der Imitator wirkt bei seinem Ableben Den glibbrigen Folianten des Schicksals Das kann man auch ausschädeln machen Ja, 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 ja Guck's euch an Mach ich auch So Ah, wen haben wir denn da? Schon wieder voll? Oh, ich bin immer voll Immer ist er voll Mann, das ist hier Das gar nicht zu ertragen Ist das hier nicht Hier müssen wir landen Hallo Das schicksal entzweit uns nicht Es eilt uns Uh, das gefällt mir Das schicksal eilt uns Kommt auf mein Wunsch, Mandala Glaubst du wirklich an sowas, Tina? Was? Nein, Leute Das ist bloß Fantasie-Dramen Aber ich schätze Das Schicksal hat uns vereint Damit wir gemeinsam spielen Oder so Keine Ahnung Also hier erscheine ich dann Wenn ich jetzt aufhören würde Aber ein bisschen machen wir noch, ne? Mal gucken, was passiert Hallo? Okay Oh, sie ist weg Oh, nichts drin Ach, Schnuckelchen Das wird mir nur nichts nützen не Oh 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 Bist du schon Okay Nein 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 Zombie-Schrotflintle Valentines Privatquartier Steckhausen Da braut man einmal selbstgemachten Ketchup-Wein Was für ein Wein? Oh Mist! Mehr Bösewichte heißt mehr Arbeit! Achtet eigentlich irgendjemand auf meine Tragekapazität? So ein mörderischer Pilz? So Noch Fragen? Oh 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 Nee Uh 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 Das geht gar nicht Äh Äh, wo ist es da? Oh 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 Die kann weg So, dann wollen wir mal gucken So Das ist was anderes Das auch Das auch Ich hatte doch Pistolen aufgesammelt Hier, guck mal 51 47 Wir nehmen die mal Wir nehmen die mal Und hierfür Sturmgewehr 13 Schaden 18 Könnte man mal ausprobieren, wenn ich nicht noch was anderes finde Schrotflinte Schrotflinte Schrotflinte, Scharfschützengewehr Ja Probieren wir einfach mal, ne? Ja Ja Die hat keinen anderen Schuss Dann wollen wir mal gucken, wie die sich macht hier Gar nicht Keine Schande gegen den Westen zu verlieren Ja 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 Ich bin ja da Komm, wir gucken mal, was hier so ist Klamotten Ne, kann ich nicht nehmen Nein Weil ich bin immer voll 118 Kliebe Wir haben aber was besseres, so, würde ich sagen Du bist lustig Zu schade, dass du und deine blöde Königin sterben werden, sobald der Flecken läuft Das Schwert hat Aha, und was ist das da? Ich wäre ewig Diese Angebote nicht Das ist immer schwer Das sind die ausgerüsteten Dinge Ja Das wird so nützlich sein Der Handel ist perfekt Ah, das sind grüne Ich, ich verkauf das jetzt Ich brauch Platz Nein nicht Ich hab so viele davon Condura hab ich eingesetzt Ich danke dir So, ich brauch Platz Da weiß ich jetzt nicht, was ich... Kann ich das irgendwo vergleichen, Kuh? Äh, kann ich das wieder wegmachen? Wir haben eins mit 27 gehabt Oh, guck mal, was ich hier an Zeug hab Das ist doch nicht normal Da, die kann weg Dieses Geld sofort Nahkampfschaden 9 mal 6 Die werde ich nie verwenden Mit einem Schuss, was der Quatsch soll Also wirklich 20 Das ist ein Sturmge... äh, ein Dings... das kann weg Das wird so nützlich sein Der Handel ist perfekt Ich guck mir das jetzt an, was die denn hier so für Dinge tun So schadensmäßig Das behalte ich mal noch Das blaue hier Ach, Mann, nee So, 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 so So, was haben wir denn hier? Äh, was war das? Achso Kann ich mir eh nicht kaufen Ich hab nicht genug Geld Das Geld reicht auch nicht So, das bringt alles nicht so wirklich was So, wir hatten hier noch eine andere Die macht 18 Wo ist die jetzt hier? Ich nehm die hier mal Die macht außerdem Gift Ist das ein Scharfschützengewehr? Warte mal Hab ich mich jetzt verguckt? Nee Wow Die hätten ganz schön zoomen, ne? Und für die Pistole Ach, ich lass die mal so Hier Ja, die hätten wir Echt besser Alle beide, die ich jetzt hier im Einsatz hab Da hab ich jetzt nicht mehr so viele, ne? Habe ich jetzt für alle verkauft Hab ich Regeneriert Gesundheit über Selbstzaubernd Also, ich behalte die aber mal Ich will die nochmal in Aktion sehen Die hab ich jetzt alle weg Gut, wir haben jetzt Platz Wo müssen wir denn jetzt hin? Wir müssen jetzt das Schwert holen Hier, ne? Ach ne, hier ist Arena-Kampf Entschuldige mich kurz während ich mir was tödlicheres überziehe Du kriegst das Sehenschwert nie, Schnöckelkirch Dieses Mal töte sie so hart, dass sie nicht wieder aufstehen Was war das hier? Mein Schild ist runter, alles Aua Mach schneller Ah, ich hab's gewusst Mist, lauf, 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 lauf Alle? Toll Wo ist sie? Ich brauch ne andere Waffe Boah Die hat ja schnell der geballert, ne? Wo ist die Schrotflinte? Oder wir nehmen die hier? Lauf! Oh! Nicht stehen bleiben Ich hab's so schnell gedreht Was ist das denn? Cool Sieht zumindest gut aus Au! Das muss ich aber jetzt zum letzten Mal machen! Wow, die ist hübsch Der muskulöse Körper von Zombos spricht zusammen und ihre königliche Hochheit taucht wieder auf Ihre königliche Schönheit ist von eurem Mut und eurer totalen Welthässerigkeit beeindruckt Sie gewährt euch Zugang zur heiligen Kammer, in der das Seelenschwert fliegt Coole Sache Jetzt holen wir uns noch Dinge, die wir eventuell brauchen Dann guck ich gleich mal, was das hier alles war Was ist das? Das ist ein Schild 228 Warte mal, ich hab jetzt einfach gedrückt Wir behalten ihn mal Wir behalten ihn mal Hier ist nichts Neues Hier ist was Neues Swift Gehen wir gern Die war gut Eine andere Pistole wäre schön Das war jetzt nicht so eine gute Idee Wir hatten noch einen mit 47, ne? Die hier, wir probieren die mal aus Hat die auch einen anderen Schuss? Nein Tab Punkte verfügbar Ich werde jetzt auf jeden Fall Hier noch einen vergeben Und Dafür Hier noch einen So Dann gleicht sich das vielleicht aus, ne? Was ist das für seltsame Munition? Arschgaul? Ah Ich hab's Warte mal, ich will mal was gucken Nein Und die gibt es nur von deiner geliebten Königin Oder den Seelen von Lebenden Mir fällt da spontan eine Seele ein, die absorbiert werden müsste Hör mit dem Sch- Was? Nein! Nicht so! Nein! 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 Das Seelenschwert scheppert aus dem Boden In etwa so Schepper, 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 schepper Ich glaube, dass mit uns Jetzt müsst ihr das Schwert zurück nach Prachtruf bringen Ein Stadtportal öffnet sich Habe ich hier alles durchgesucht? Gott sei Dank, wir sind zurück Schwarz-Pulver-Waffen Schwarz-Pulver-Waffen Mhm, mhm, mhm Sie sagt, dass ihr das Schwert zum Brunnen auf dem Zottelplatz bringen müsst Lieber doppelt gezottelt als... Texturen! Was habe ich denn jetzt alles geko... Ach, das war so eine Truhe mit so einem... Aha, Schlüssel, würde ich sagen 312 Oh, die kann man nicht aber hier verkaufen und das behalte ich Kleve Epische Sachen 143 Was? Überschusskapp Porenhüter in Kraft Außenbringer Berserker Da habe ich aber nicht viel von, ne? Sporenhüter Ach doch, da! Gut Und hier... Ich habe nur die anderen Dinger, habe ich hier... Für die anderen Dinger habe ich was gekriegt Das ist eine Schrot, das ist ein Scharfschützengewehr, das ist eine Pistole Die ist aber ein bisschen enttäuschend Ich hoffe, ich habe jetzt nichts Falsches gemacht Nein Wir haben einen neuen Schild Ist das so eine... Ach, das ist so ein Skelettschlüssel Alles klar Huch! Hör auf damit! Gut Ich bin jetzt hier Das ist so ein Reiseding Hier ist aber noch viel zu untersuchen, glaube ich Noch richtig viel Hier war ich überall noch nicht Mal gucken, ob wir da hinkommen Müsste eigentlich gehen Aber beim nächsten Mal, ne? Dieses Mal nicht mehr Da ist ein Portal Soll ich da hin? Nein, ich soll da hin, ne? Da ist immer noch das Portal Ich hoffe, ich mache das richtig so Ich will jetzt Feierabend machen Danke fürs Zuschauen Und bis zum nächsten Mal Tschüss!